Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe euch was mitgebracht, und zwar von Israel Heute, Datum 17.08.2021. Da steht, möchten Sie ein tieferes und umfassenderes Verständnis der christlichen Rolle in Israels prophetischer Wiedergeburt gewinnen? Das ist der Begriff, um den es mir hier geht, Israels prophetische Wiedergeburt. Das ist eine Veranstaltung von Israel Heute. Das ist eine Einführung in den christlichen Zionismus. Seine Wurzeln und Früchte nehmen Sie an unserem speziellen vierteiligen interaktiven Online-Kurs teil, der vom israelischen Forscher, Autor und Lehrer Dr. Gustavo Peretnik geleitet wird. Begeben Sie sich mit ihm auf eine Reise zu den faszinierenden Menschen, dem Glauben der Geschichte und den globalen Auswirkungen des christlichen Zionismus. Und seiner Schlüsselrolle bei der Wiedergeburt der jüdischen Nation Israel. Eine solche Wiedergeburt einer jüdischen Nation Israel kennt die Bibel nicht. Die Bibel kennt die Wiedergeburt jedes einzelnen Menschen, wenn er an Jesus Christus glaubt. Und am Ende der Zeit auch nochmal die Wiedergeburt Jerusalems. Aber das ist nicht das, was hier formuliert wird. Hier geht es um die Wiedergeburt der jüdischen Nation. Und das gibt es in der Bibel nicht. Es gibt diese Stelle in Hesekiel. Das zeige ich euch hier mal, das Hesekiel 37. Da steht von Menschenknochen, die lebendig werden. Und das Herrn dort kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine lag. Und er führte mich allen halben dadurch und siehe, das Gebeins lag sehr viel auf dem Feld und siehe, sie waren sehr verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du auch, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, das weißt du wohl. Und er sprach Weissage von diesen Gebeinen und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret das Herrn Wort. So spricht der Herr von diesen Gebeinen, siehe, ich will einen Odem in euch bringen, dass ihr sollt lebendig werden. Ich will euch Adern geben und Fleisch lassen über euch wachsen und euch mit Haut überziehen und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Also um es etwas abzukürzen, das ist die Rückkehr Israels aus Babylon und das beschreibt, dass Israel wieder zurückkommt ins Land nach der 70-jährigen Gefangenschaft und dass Israel wieder lebendig werden wird und ein Land, ein Staat, ein Volk Gottes dann auch wieder werden wird. Aber hier steht zum Beispiel, zumindest in der deutschen Bibel, dass ihr wieder lebendig werdet. Das ist also nicht zum ersten Mal, dass ihr lebendig werdet. Hier geht es auch nicht um die Wiedergeburt des Staates Israel in der Endzeit, sondern hier geht es um eine neue Geburt des antiken Israel nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Und ich Weissage, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich Weissage und siehe, es regte sich und die Gebeine kamen zusammen, ein jegliches zu seinem Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Adern und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach Weissage zum Winde, Weissage, du Menschenkind und sprich zum Wind, so spricht der Herr her. Wind, komm herzu aus den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich Weissage, wie er mir befohlen hatte. Da kam Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf ihre Füße und ihrer war ein sehr großes Herr. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel, das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Und ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und ich will euch in euer Land setzen und sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch. So, jetzt wird die ganze Sache etwas aufgeweitet. Jetzt geht es nämlich plötzlich um das ganze Haus Israel. Nicht nur Judah und auch nicht nur Ephraim, sondern ganz Israel wird wieder in sein Land kommen und der Herr wird dieses Volk lebendig machen durch seinen Geist. Hier steht dann auch Israel und Judah wieder vereint. Und das ist ja seit Rehabeam und Jerobeam nicht der Fall gewesen, dass Israel und Judah wieder vereint sind. Und davon spricht jetzt Hesekiel hier in diesen Worten. Und er sagt, und das Herrnwort geschah zu mir und sprach, du Menschenkind, nimm dir ein Holz und schreibe darauf des Judah und der Kinder Israel, seiner Zugetanen. Und nimm noch ein Holz und schreib darauf des Josef, nämlich das Holz Ephraims und des ganzen Hauses Israel, seiner Zugetanen. Und tu eins zum anderen, dass es ein Holz werde in deiner Hand. So nun dein Volk zu dir wird sagen und sprechen, willst du uns nicht zeigen, was du damit meinst? So sprich zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will das Holz Josefs, welches ist in Ephraims Hand nehmen, samt seiner Zugetanen, den Stämmen Israels, und will sie zu dem Holz Judas tun und ein Holz daraus machen. Und sie sollen eins in meiner Hand sein und sollst also die Hölzer, darauf du geschrieben hast, in deiner Hand halten, dass sie zusehen und sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will die Kinder Israel holen aus den Heiden, dahin sie gezogen sind und will sie allenthalben sammeln und will sie wieder in ihr Land bringen und will ein Volk aus ihnen machen im Lande auf den Bergen Israels. Und sie sollen allesamt einen König haben, nämlich den König Jesus Christus und sollen nicht mehr zwei Völker noch in zwei Königreiche zerteilt sein. Das heißt also, hier ist die Rede schon dann übergehend vom tausendjährigen Reich, wenn Israel nicht mehr in zwei Teile geteilt sein wird, sondern unter dem König Jesus Christus, wie in der Antike unter dem König David ein Volk sind und einen König haben. Sie sollen sich auch nicht mehr verunreinigen mit den Götzen und Gräueln und allerlei Sünden. Ich will ihnen heraushelfen aus allen Örtern, da sie gesündigt haben und will sie reinigen und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Israel, das moderne Israel, das wir heute kennen, das wird auseinanderbrechen und dann werden große Teile Israels noch einmal verkauft werden unter die Völker. Der Norden Israels, der wird in den Bund gehen mit dem Antichristen. Das ist symbolisiert im Standbild Daniels durch den Ton, der vermischt ist mit dem Eisen. Eisen für den Antichristen und sein seleukidisch-syrisches Reich. Und Ton, ein Bild auf Israel, weich, formbar, schwach, das sich mit dem Antichrist in den Bund begibt. Und beide werden Judah und Jerusalem angreifen und werden auch einige von den Juden nochmal verkaufen an die Griechen. So steht in Zacharja oder Joel, müsste ich jetzt nachschauen. Das heißt, Israel wird noch einmal unter die Völker zerstreut werden und zerschlagen werden. Und diese Rückführung Israels aus der babylonischen Gefangenschaft, die verwendet Hesekiel als Ausgangspunkt, um dann seine Prophetie, die er von Gott erhält, bis in die letzte Zeit zu führen, bis ins Königreich Jesu Christi im tausendjährigen Reich. Wenn Israel nach der Entrückung der Gemeinde und zu Beginn des tausendjährigen Reichs aus allen Völkern gesammelt werden wird und dann unter einen König versammelt werden wird. Und das, was wir hier oben haben, dass diese Menschenknochen wieder lebendig werden, die auf dem Feld lagen und dass sie praktisch durch Gottes Odem und Geist wieder lebendig werden. Das ist ein Bild, zunächst einmal ausgehend von der Rückführung Israels aus Babylon und dann hinführend mit einem weiten Blick in die Zukunft die Sammlung Israels in der Endzeit nach der Entrückung zu Beginn des tausendjährigen Reichs. Wenn die ganzen Juden, die sich gegenseitig verkauft haben an die Heiden, wieder zusammengesammelt werden, in Israel zusammenkommen werden und ein Volk sein werden. Ein Volk Gottes fürs tausendjährige Reich, Gottes irdisches Volk im tausendjährigen Reich. Israel ist heute nicht Gottes Volk. Gottes Volk ist heute ein himmlisches Volk, weil Gott einen himmlischen Hohenpriester gegeben hat. Und Gottes Volk heute sind die Christen. Alle, die an Jesus Christus glauben, das ist Gottes Volk. Alle, die wiedergeboren sind, das ist Gottes Volk. Nicht die Juden sind Gottes Volk. Die waren Gottes Volk. Israel war Gottes Volk im Alten Testament. Und Israel wird nach heftiger Läuterung, Reinigung und schwierigen Zeiten in der Endzeit, wird Israel auch wieder Gottes Volk werden. Aber Gottes irdisches Volk im tausendjährigen Reich unter der Königsherrschaft. Jesu Christi und davon spricht hier Hesekiel, dass sie allesamt einen König haben sollen. Israel war Gottes irdisches Volk und Israel wird wieder Gottes irdisches Volk sein. unter einem irdischen Gesetz vom Sinai im Alten Testament und im Millennium mit einem irdischen Tempel im Alten Testament betrieben nach den mosaischen Gesetzen und mit einem Tempel, Hesekiel-Tempel im tausendjährigen Reich wieder unter den mosaischen Gesetzen. Die Opfer, die dann gebracht werden, sind meiner Meinung nach in Erinnerung an das, was Jesus Christus auf Golgatha ihnen erworben hat. Das ist aber auch ein großes Geheimnis, was da noch in Hesekiel beschrieben steht. Das alles bezieht sich also, ich sag mal, von der Rückführung aus Babylon, aus der babylonischen Gefangenschaft, Hesekiel war dann Zeitgenosse, bis zum tausendjährigen Reich, bis dann, wenn Jesus Christus König sein wird über dieses Volk. Sie werden allesamt einen König haben und hier unten steht es auch nochmal, und mein Knecht David soll ihr König und ihr alleiniger Hirte sein. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Das ist ja auch für einen Juden eine komplizierte Formulierung, als ob David wieder aufersteht. Denn als Hesekiel das hier schreibt, das war das Jahr 520, 530 vor Christus. David lebte im Jahr 1000 vor Christus. Das heißt also, als Hesekiel diese Verse hier schreibt, da ist David schon fast 500 Jahre tot und jetzt schreibt er davon, dass David wieder der König Israel sein soll und er sieht das für die Zukunft voraus, so als ob David wieder aufersteht. Also das ist auch für einen Juden eine Stelle, die auch Juden, auch Rabbinern nicht erklären können, ohne sich da in Widersprüche verwickeln zu müssen. Aber Hesekiel sagt das hier vorausschauend aufs tausendjährige Reich, wenn der Sohn Davids, der wahre und ewige Sohn Davids, Jesus Christus vom Himmel kommt, der Messias, und ihr alleiniger Hirte sein wird. Und mein Knecht David soll ihr König und ihr alleiniger Hirte sein. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Also im tausendjährigen Reich wird das Gesetz des Mose auch wieder gelten. Warum? Weil das Gesetz für den irdischen Menschen gilt, aber nicht für den himmlischen Menschen. Ja, das Gesetz gilt für den alten Adam, nicht für den neuen Adam. Es gilt für den irdischen Menschen und nicht für den geistlichen Menschen, nicht für den himmlischen. Es gilt für den fleischlichen Menschen, nicht für den geistlichen Menschen. Es gilt für den auswendigen Menschen, nicht für den inwendigen Menschen. Ja, und wenn jemand in Jesus Christus ist, ist er diesem Gesetz abgestorben. Und der große Widerstand, den man oft hat, wenn Leute sagen, ja, ihr wollt das Gesetz nicht halten, liegt daran, dass diese Leute irdisch gesinnt sind. Ja, die schauen nur aufs Gesetz und die schauen nur auf den Wandel. Die wollen etwas tun, aber wir sollen etwas sein in Jesus Christus. Also das hier spricht vom irdischen Volk Israel, was nach der Entrückung, nach der Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit zu Beginn des tausendjährigen Reichs Gesammelt wird aus allen Völkern und sie sollen wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. Darin eure Väter gewohnt haben, sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen ewiglich und mein Knecht David soll ewiglich ihr Fürst sein. Ja, also auch hier wieder dieser Bezug auf David. Und ich will mit ihnen ein Bund des Friedens machen, das soll ein ewiger Bund sein mit ihnen und will sie erhalten und mehren und mein Heiligtum soll unter ihnen sein ewiglich. Und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gottes irdisches Volk, ja, im tausendjährigen Reich unter Gottes Herrschaft und unter der Herrschaft des Knechtes David, ja. Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, dass auch die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum ewiglich unter ihnen sein wird. Das ist das, was wir in Hesekiel sehen. Heute ist Israel natürlich auch zurückgekommen aus allen Nationen wieder ins Land Israel. Und der christliche Zionismus und auch der jüdische Zionismus, der ist da sehr, sehr stolz drauf. Sie sagen, das ist Israels prophetische Wiedergeburt. Das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Dass Israel wieder ins Land zurückkommen musste, ist, glaube ich, aus der Prophetie abzuleiten. Allerdings ist Israel nicht zu Gott umgekehrt und vor allem nicht zu Jesus Christus. Israel ist also ohne Buße und ohne Umkehr zurückgekehrt ins Land. Bei der babylonischen Gefangenschaft war das anders. Da ist das Volk in tiefer Buße gewesen und ist dann zurückgegangen nach Israel. Aber die Rückführung, die Aliyah, die wir jetzt nach 2000 Jahren haben, die beinhaltet keine Buße und keine Umkehr zu Gott, nicht zu Jesus Christus. Jesus Christus ist Gott. Deswegen ist Israel auch nicht Gottes Volk. Wenn Israel Gottes Volk wäre, dann wäre Israel auch das Volk Jesu Christi, weil Jesus Gott ist. Weil Israel Jesus aber nicht will, deswegen ist Israel auch nicht das Volk Gottes. Israel wird gesammelt. Ja, das ist so. Aber Israel wird zum Gericht gesammelt. Das wissen eigentlich auch alle Christen. Deswegen, wenn sie ein bisschen nachdenken würden, würden sie verstehen, dass der christliche Zionismus zumindest in manchen Ausprägungen der Bibel total widerspricht. Denn alle Christen, alle evangelikalen Christen, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, wissen, dass zwei Drittel Israels für die Endzeit vorhergesagt sind, dass die ums Leben kommen und der Rest nochmal geläutert wird und nochmal durchs Feuer geht und nochmal dezimiert wird. Also das sind alles Punkte, die man berücksichtigen muss, wenn man sich mit dem christlichen Zionismus angefreundet hat oder damit liebäugelt. Es gibt keine prophetische Wiedergeburt Israels. Es gibt eine Wiedergeburt jedes Einzelnen, der an Jesus Christus glaubt, der ist wiedergeboren. Und um vielleicht das auch noch zu ergänzen, viele sagen, dass der Staat Israel ja menschengemacht ist, dass der Lord Rothschild den mehr oder weniger durch Ränkespiele in Verbindung mit dem Ersten Weltkrieg, will ich jetzt nicht darauf eingehen, den Engländern abgepresst hat und durchgesetzt hat und mit viel Geld möglich gemacht hat. Das mag alles sein. Das widerspricht meiner Meinung auch nicht der biblischen Prophetie. Denn im Alten Testament ist die Rückführung Israels aus der babylonischen Gefangenschaft ja auch nicht von irgendwelchen Engelchören angekündigt worden, sondern Gott hat dem Kyros ins Herz gegeben, dass er sagt, ihr sollt wieder zurückziehen nach Israel und sollt dort euer Land und eure Stadt und euren Tempel wieder aufbauen. Also das waren auch ganz menschliche Regungen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Gott das mit dem Lord Rothschild auch so macht. Denn in der Bibel steht, dass Gott die Herzen der Könige wie Wasserbäsche lenkt und dass er den Lord Rothschild dazu benutzt hat, das möglich zu machen. Die Prophetien, auch die Endzeitreden Jesu, können nicht in Erfüllung gehen, wenn es nicht einen Staat Israel gibt. Können nicht in Erfüllung gehen, wenn es nicht eine Stadt Jerusalem gibt, die bewohnt ist. Und das haben wir seit 2000 Jahren wieder. 1948 war die Staatsgründung Israels. Aber noch einmal, aus biblischer Sicht wird dieses Volk zum Gericht gesammelt, denn in den Endzeitreden Jesu sagt Jesus auch, denn es wird große Not auf Erden sein und ein Zorn über dies Volk. Das steht in Lukas 21, Vers 23. Und in dem Vers vorher, Vers 22 steht, denn das sind die Tage der Rache, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Und man kann auch Vers 24 noch lesen, und sie werden fallen durch das Schwertes Schärfe und gefangen geführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis dass der Heidenzeit erfüllt wird. Also hier sieht man auch noch mal, es sind Endzeitreden Jesu, die sprechen von der letzten Zeit, Lukas 21. Hier steht auch noch mal, dass Israel und Jerusalem fallen wird und gefangen weggeführt werden wird unter alle Völker. Und Jerusalem zertreten wird von den Heiden, bis dass der Heidenzeit erfüllt wird. Also bis zur Entrückung, bis zum Beginn des tausendjährigen Reichs. Und das ist das, was ich sage. Dann kommt die große Sammlung Israels, so wie Hesekiel das hier beschreibt. Aber dieser zionistische Gedanke, der christliche Zionismus, der wird so ein bisschen benutzt dazu, um den jüdischen Zionismus auch zu unterstützen, weil Israel die Unterstützung der Christen braucht, weil die eine Menge Geld ins Land bringen, die durch Tourismus und durch viele, viele Spenden und viele Spenden auch für den Tempel, den die Juden dort bauen wollen. Deswegen wird auch der christliche Zionismus hier immer wieder auch gebraucht, um die ganze Sache am Leben zu halten und die Geldströme nicht versiegen zu lassen. Also das hier soweit mal zu diesem Thema Israels prophetische Wiedergeburt. Immer wieder, wenn ich das lese in der Presse oder auch in solchen christlichen Gazetten, dann denke ich da oft dran, der Staat Israel kennt keine Wiedergeburt. Das gibt es nicht in der Bibel. In der Bibel gibt es die Wiedergeburt jedes einzelnen Gläubigen und es gibt eine prophetische Rückführung des Staates Israels und der Juden nach Israel. Allerdings, und das ist so hart, wie das sich anhört, ist das eine Sammlung zum Gericht und zum Zorn. Warum? Weil Israel seit 2000 Jahren Jesus Christus ablehnt. Das darf man nicht unterschätzen. Das war eine ernste Sache. Paulus sagt, schau dir an die Güte und den Ernst Gottes. Also das ist schon ernst. Sie haben seit 2000 Jahren Jesus Christus verworfen. Die Christenheit ist im Moment auch dabei, das zu tun. Da wird es uns vielleicht ganz ähnlich gehen wie dem antiken Israel. Aber der Grund, warum die Juden keinen Tempel haben, kein Land, keinen hohen Priester, kein Opfer, ist ganz einfach der, dass sie Jesus Christus ablehnen. Und da können sie auch erklären hin und her, was sie wollen. Ich bin immer wieder mal in Kontakt mit ihnen. Dann erklären sie mir, dass statt des Tempels jetzt die Synagogen eingesetzt werden. Dann sage ich immer, wie könnt ihr das tun? Das steht nirgendwo im Gesetz. Dann gibt es immer so Ausflüchte und so Pseudoerklärungen. Also die erklären sich da immer drumherum. Aber es hilft ja nichts. Die Bibel sagt das deutlich, dass Gott Israel aus dem Land gestoßen hat. Und wir leben in einer Zeit, wo das wieder kommt, wo Israel wieder zurückkommt. Und wo biblische Prophetie wieder anfängt zu laufen. Wir Christen, wir müssten hellwach sein bei dem, was hier läuft. Nicht nur in Bezug auf den Zionismus, sondern auch in Bezug auf andere medizinische Themen. So wie Gott Nebukadnezar über Israel gebracht hat, so bringt Gott vielleicht auch heute Menschen über uns. Das will ich da gar nicht absteigen mit. Aber ich wollte euch das noch kurz zeigen, hier mit dem Thema Israels prophetische Wiedergeburt. Dass ihr da so ein bisschen up-to-date seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Gottes Segen und bis bald. Herzlichen Vielen Dank.